Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Minecraft-Freunde! Wir wollen irgendwie einen See bauen, aber ich überlege gerade nie. Wir machen da hinten erstmal schick und dann fangen wir mit der Plattform für den See an. So, was brauche ich denn generell alles? Ich brauche einen Arsch voll Steine, wie immer. Dann nehmen wir mal die beiden mit. Und ich könnte mal gerade vielleicht die Leitern sicherheitshalber auspacken. Das Schild brauchen wir auch nicht. Ich habe was zum Kämpfen, das ist aber auch nicht besonders viel. Ach, herrje, du kommst mal sicherheitshalber mit. Ich mache mir nochmal, was mache ich mir denn mal, Schwerter? Drei Stück, ne vier, komm her, brauchen wir sowieso immer. Kann nicht schaden, okay. Das habe ich, das habe ich, Hacker habe ich. So, dann brauchen wir unsere Steinmauern. Es gibt immer sechs, okay. Brauchen wir sowieso auch immer. Mache ich gleich mal ein bisschen mehr hier. Reicht sowieso alles hinten und vorne hier nicht. So, okay. Plüm, plüm. Gucke ich gerade nochmal bei den Pilzen. Wir müssen ja auch noch so Riesenpilze machen. Ach, Mann, oh. Ich will aber die Riesenpilze nicht einfach jetzt hier aus den vorhandenen Pilzen machen. Weil wenn das schief geht, habe ich überhaupt keine mehr. Also es muss wachsen. Es muss was wachsen, sonst wird das nichts. So, Schwert in die Hand. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Mit Sicherheit habe ich irgendwas vergessen. Ich könnte mal was essen, ne? Dass ich hier immer Hunger habe. Der Bogenschütze da oben. machte mich schon ein bisschen nervös. So, Tachchen. Okay, okay. Also hier sind wir schon zwei breit. Wir sind voll breit. Das finde ich gut. Dann setzen wir mal. Komm ich denn da mal, äh, komm ich da dran? Irgendwie? Na, ich komme da echt nicht dran, ey. So, die Mauer habe ich aber noch erwischt. Hä, hä. Äh, so. Wollen wir mal hier zu? So, was ist denn hier los, Freunde der Nacht? Cool. Eigentlich muss ich jetzt hier gar nicht mehr groß mitkämpfen, ne? Die sterben alle am Kaktus. Ja, guck mich da nicht so an, Creeper, du. Hä? Och Mann, das ist doch nicht wahr. Das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Das habe ich doch da schon. Oh Gott, ey. Hau ab. Mann, aber auch. Geh weg. Warum machen die das? Jetzt habe ich schon unten Wasser drin. Hier, du Schneegolem. Du bist rausgebackt, oder? Du sollst hier drin sein. Mich hier verteidigen. Ach. Oh, da ist eine Hexe. Da ist eine Hexe. Hier, Mr. Schneegolem. Kannst du mal... Geh mal... Nein. Geh doch mal zurück. Geh zurück und verteidige mich. Bitte. Oh, leck mich fett, ey. Oh, diese Monstervolle macht mich wahnsinnig. Nee, aber auch. Was für ein Scheiß hier. Hier ist mal wieder zu gerade. Geh weg. Scheiß Creeper. Ja, und abwärts. Ach, nee. Das Wasser fließt bis hier. Oh, da kommt eine Spinne. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut, Spinni. Ist alles... Alles wird gut am Ende. Oh Gott. Dann muss ich was essen. Ja, Enderman höre ich auch. Hau ab. Geh weg. Verdammter Mist, ey. Jetzt fängt der Creeper da fest. Ich bin es irgendwie leid, dass die mir alles kaputt machen. Echt? Uah, jetzt kommt der von da. Und tschüss. Mist, die Kack. Echt? Nein. Nein, nein, nein. Hau ab. Hau ab. Habe ich gesagt. Und oben stirbt ein Enderman. Das tut mir aber leid. So. Mann, ich hab's echt satt, ey. Ja, toll, ey. Mein Kaktus ist natürlich jetzt auch weg. Ah. Und mein Sandblock auch. Scheiße. Einfach. Einfach kacke. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Vor allen Dingen, weil ich das jetzt hier dauernd wieder aufbauen muss. Ist doch nicht wahr, ey. So. Hier irgendwie so war das, ne? Was haben wir hier? Ja, jetzt habe ich mich gleich eingebaut. Ich weiß. Aber ich versuche jetzt gerade erst mal hier die Struktur wieder hinzukriegen, die wir ja hier hatten. So. Ist das jetzt überall wieder zwei hoch? So war's, ne? Und ich stand da. Alter, ja jetzt kommst du angejampert. Oh Gott. Mensch. Ne, stimmt da jetzt irgendwas nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Also hier drinnen? Doch, hier drinnen stimmt's noch. So. Irgendwie. Ich habe hier völlig jetzt den Plan gerade verloren. Wie war denn das jetzt? Da. So, und dann bin ich hier runter zum Kämpfen. Jawohl. Muss das hier noch zu? Oh Mann, aber auch. Mist, ey. So, dann hier bin ich runter. Ja, okay. Jetzt ist der Kaktus weg. Ach, ärgerlich. Vor allem wegen dem Sandblock. Ne, das war zu viel. Jetzt bin ich motzig. Ne, so war's nicht. Scheiße. Wie hatte ich denn das jetzt? So, ne? Ja, ich glaube, so war's. Ach. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte hier weitermachen. So. Machen wir jetzt auch. Donnerwetter aber auch. So, das kann alles weg. Da oben ist ein Enderman gestorben. Da liegt jetzt bestimmt eine Perle drinnen. So, ähm. Ja, zapp, zapp, zapp. Ja, das ist einfach, wenn man sich zu sicher ist mit den Scheißmonstern. War mir zu sicher. Und dann hat's doch bumm gemacht. Sowas aber auch. Okay. Jetzt haben wir es hier schon mal größer. Machen wir das jetzt hier auch gleich noch. Uah. So, du kommst auch noch weg. Mann! Ey, ich kann dich gut leiden. Ne? Noch. Aber, äh, das hält auch nicht ewig, dass ich dich gut leiden kann. Echt. So. Hier jetzt auch noch breiter. Ich dachte, ihr verteidigt mich hier. War ja wohl nix. Aber ich glaube, gegen die, äh, Creeper machen die Schneegolems auch, äh, nichts. Ähm. Ich überlege, wenn ich jetzt hier die Mauer hinsetze, sagen wir, ja, doof, ne? Mit dem Brunnen. Setzen wir nochmal einen dran. Das sieht dann zwar nicht mehr irgendwie ganz so, äh, schön aus alles. Es ist hier breiter als auf der anderen Seite, aber, äh, gut, kann ich dann auch nicht erinnern. So, und zu die Luki hier. Gut. Machen wir das schon mal so weit. Müssen wir erstmal hier wieder Fackeln setzen. Dann, da. Und da. Und dann kommt hier eine Fackel. Ich hoffe, die Fackeln machen den Golems nix. Na, der tobt da hinten rum. Und was war? Richtig. So, äh, war hier die Mitte hier, glaube ich, ne? So, dann kommt hier eine Fackel drauf. Hier an die Kante kommt auch eine. Jetzt lasst mich mal gucken, wie machen wir das hier? Irgendwie so. Ich sehe vor lauter Schnee nix. Was sind wir da drunter? Schon mal, okay. Äh, äh, hm, 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 ja, ja, so. Huh, alles klar. Ja, ich überlege gerade, die Ecke hier gefällt mir gar nicht. Ja, der tobt nämlich da oben drauf rum. Ach, ja, komm da runter. Verlust, dass du mir abstürzt. Wie könnte ich denn das jetzt hier mal am besten machen? Ich weiß es nicht. Muss ich mir noch was überlegen. Zur Not müssen wir noch einen nach vorne bauen. Hm. Ja, hm, hab ich noch Steine? Ja, 16 Stück hab ich noch. Ach, ähm, ja, dann muss das hier mal weg. Okay. Dann kommt da ein Stein schon mal wieder hin. Dann bauen wir halt noch eins nach vorne. So. Okay. Äh, so, dann kann das weg. Damit die Herrschaften Schnee-Golems auch hier durchkommen, ne? So, okay. Dann machen wir das Ganze jetzt hier nochmal. Da wird mir jetzt hier das Tor um die Ohren fliegen. Ach, ne, guck mal, das Tor bleibt stehen. Ist ja ein Ding. So, ja, haut doch auch alle ab. Habt ihr auch recht, ne? Ist echt zu doof hier mit mir, ne? Ja. Kannst ja auch was stehen. So, ähm, das Tor. Kannst du mal, geh doch mal ein Stück weg, bitte. Ich will dich doch nicht hauen. So, das Türchen. Das bringt gar nichts, das Tor. Die sich hier durchbacken. So, okay. Dann haben wir das doch schon mal hier. Wunderbar. Haben wir da ein bisschen Platz gemacht, ne? Ich lege gerade. Vielleicht hier ist es noch ganz schön dunkel, ne? Hm. Guck mal eine Fackel hin. Ja, super. Jetzt brauchen wir wieder... Oh Gott. Das nimmt kein Ende mit dem Monster-Turm. Sand und wir brauchen Dings. Ey, ich schaff das noch, dass wir hier mit unserer Plattform für den See anfangen. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber ich schaff das. Ist wieder so ein fetter Baum. So. Ähm. Ja. Sand. Einmal bitte. Oh, oh. Jetzt wird's aber haarig hier. Hm. Komm mal her, du. Und dann bauen wir sonst zur Not erst mal hier irgendwo den Sand auf mit dem Kaktus, damit er wächst. Das ist dann sonst mein letzter Kaktus. Das wär nicht gut. Wir müssen ja auch noch grüne Farbe machen. Ach Gott. So, ihr beide, ihr könnt jetzt mal hier echt ein bisschen besser aufpassen. Ja? Fände ich echt total nett von euch. So, hier rein. Ähm. Dum, dum, dum. Das kommt wieder weg. Jetzt muss das wieder weg. Wegen dem Kaktus. Jawohl. Dann kommt das da rein. Ach. Ach, so. So hatten wir's, ne? Oh Mann, ey. Ja, ich muss einfach vorsichtiger sein. Ich bin ja selber schuld, ey. So, tschüss ihr zwei. Ich hab jetzt keine Lust mehr hier auf diesen Scheiß. Äh. Und ich muss essen. Ich bin schon wieder halb tot. Bye, Katina. So. Dann bauen wir jetzt erstmal gerade irgendwo hier. Ähm. Sand. Und der letzte Kaktus. Super. Muss ich das ans Wasser stellen? Ich glaub schon, ne? Ähm. Ja. Wie mach ich denn das jetzt mal? Ich will ja den jetzt erstmal nur wachsen lassen. Ich will ja jetzt gar nicht hier so einen Aufstand proben. Ähm. Dahin. Wo kommst du weg? Weil Kürbisse brauchen wir sowieso im Moment nicht allzu viel. Das können wir dann aber wieder hübsch machen. So. Und dann kommt nämlich da jetzt erstmal der Kaktus rein. Wachse. Bevor ich keine mehr habe. So. Dann holen wir jetzt nochmal hier das Holz ein bisschen weg. Und die Birke will ja überhaupt nicht, ne? Ist vielleicht nicht ihr Biom. Wahrscheinlich fühlt die sich hier nicht so wohl. Kann ich aber nicht ändern. Kann jetzt wegen der Birke nicht umziehen. Ähm. Gut. Da holen wir schon mal den Stamm wenigstens weg. Dass der mir hier nicht dauernd irgendwie im Gesicht rumhängt. Meine Fresse. Der ist aber auch hoch. So. Du auch noch. Dann hier das bisschen noch weg. Aha. Weg, 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 weg. Na komm schon. Ich weiß genau, du kommst da dran. Jetzt bitte hol das da runter. Ja, glaubt man's? Ja, Alcantina. Genau. So. Dann haben wir den unteren Teil ja schon mal ein bisschen hier abgeholt. Ey. Oh man. Setzlinge. Gleich wieder mitnehmen. Ja. Da kommt einer drauf. Da kommt einer drauf. So. Kaktuswachse. Und hier steckt meine ganze Hoffnung. Hm. So. Wollen wir mal gerade ein bisschen ausleeren. Was haben wir denn hier alles Schickes? Oh. Der Sand muss dringend raus. Die Erde muss auch dringend raus. Äh. Da ist das alles unten richtig. Unten, unten, unten. Der kann weg. Das kann raus. Der Rest ist unten. Jetzt haben wir überhaupt nicht mit der Plattform angefangen. Hm. Das weg. Das, das, das. Knochen auch weg. Holz kommt hier rüber. Sticky. Komm mal nicht so weiter hoch, bitte. Bleib mal hier unten. Das Holz kommt auch raus. Das kommt auch raus. Ach guck mal. Da waren auch noch 21. Ach hurra, die Waldgums. Ja gut, ihr Lieben. Jetzt habe ich irgendwie gerade erstmal keinen Bock mehr. Jetzt bin ich irgendwie motzig, weil das da hinten wieder nicht geklappt hat. Verdammte Creeperpest. Ja, genau. Da steht schon wieder einer auf dem Dach. Äh. Gut, ihr Lieben. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin, wie immer, eure... Au. Nein, nein. Äh. 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 Nein, geh weg! Alter! Ha, 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 ha! Nee! Ich will nicht mehr! Ich will die Folge beenden! Hau ab! Was gibt's da nicht? Da steht dieser arschgesichtige Misttyp! Geh weg! Ey, hier ist voll die Ender-Pest! Ender-Mann-Pest! Ich hör schon wieder einen! Nee, jetzt hab ich keine Lust mehr. Ich geh ins Bett. Ha, ha, ha! Oh, nee! Was ist jetzt die Ruhe? Ich hab eben schon wieder einen gehört. Ja, toll! Und Perlen haben die auch nicht getroppt. Oder liegt hier unten noch eine rum, die ich nicht gesehen habe? Mann, das ist hier einfach nicht sicher! Hier ist nichts drin, okay. Ja, da ist auch nichts drin. Oh Gott, ey! So, jetzt muss ich mich erstmal erholen, ihr Lieben. Und jetzt beende ich diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Eure Trin. Und Tschüss!